Sie sieht aus wie ein Märchenschloss inmitten einer bezaubernden Gartenanlage. Die neue Landesklinik, idyllisch gelegen direkt vor den Toren der Stadt. Sieben Jahre Planung und architektonische Meisterleistungen sind hier vereint. Denkmalschutz und modernste Technik optimal miteinander verbunden. Nach umfangreichen Sanierungsmaßnahmen übergab Brandenburgs Gesundheitsminister Günther Baske am Montag den Schlüssel für den Gropiusbau an die Krankenhausleitung. Die Klinik spielt eine bedeutende Rolle für das gesamte Bundesland. Sie sichert auf eine sehr solide und vor allem eine sehr menschliche Art und Weise die Versorgung der psychisch Kranken hier oben im Barnehm in der Uckermark. Und ich bin sehr froh über die gelungene Architektur, die wir hier haben. Es ist ja eine Fortsetzung der Tradition von Martin Gropius. Und man kann, glaube ich, schon wenn man ins Haus kommt, das Atrium betrachtet, erleben, dass es hier also wirklich um die spezielle Indikation von psychisch Kranken geht. Und das ist ein sehr gelungener Lungen hier. Der Gropiusbau ist das sogenannte Herzstück des Klinikareals. In ihm stecken 48 Millionen Euro. Er beherbergt auf 20.000 Quadratmetern Fläche den klinischen Arztdienst mit Behandlungs- und Therapiebereich, stationäre Bereiche sowie die Verwaltung. Angeschlossen ist ein Neubau mit Küche, Bibliothek, Speisesaal und Cafeteria. Wir können hier in dem Neubau für unsere Patienten weitaus bessere und modernere Behandlungsmöglichkeiten anbieten. Dafür sprechen zum Beispiel die Patientenzimmer. Wir haben maximal Drei-Bett-Zimmer, Ein- bis Zwei-Bett-Zimmer sind die Regel. Wir haben an den Zimmern Sanitärzellen dran. Und das ist uns in dem jetzigen Gelände nicht vergönnt gewesen, weil der Raumbedarf äußerst begrenzt war. Für die Mitarbeiter sind die Arbeitsbedingungen besser geworden. Und das ist ein ganz erheblicher Fortschritt im Vergleich zu früher. Das Gebäude gibt es schon seit 1865. Gebaut vom Architekten Martin Gropius war es damals eine Provinzial-Irrenanstalt. Bis 1994 wurde es als Krankenhaus der russischen Streitkräfte genutzt. Auch für heutige Begriffe hat Gropius mit seinen lichtdurchfluteten Gebäuden geradezu ideale Voraussetzungen für die Versorgung psychisch Kranker geschaffen. Ausgedehnte Wege und Aufenthaltszonen, breite Flure und helle geräumige Krankenzimmer. Hier sind nicht nur räumliche Qualität, sondern auch hervorragende Bedingungen für die medizinische Arbeit gegeben. Wir haben eine exzellente Nass- und Trockentherapie, also physiotherapeutische Maßnahmen, die gerade in der Psychiatrie und Neurologie eine große Rolle spielen. Wir haben Arbeits- und Beschäftigungstherapie, Möglichkeiten, die besser sind wie im Altbau. Wir haben eine moderne EEG-Abteilung, EKG-Abteilung. Die Klinik verfügt jetzt über 243 Betten für die Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie für die Neurologie. Außergewöhnlich sind auch die Videobildschirme in der Eingangshalle. Kunst von Thorsten Goldberg, die zum Stehenbleiben und Zuschauen animiert. Das spiegelt die Bewegung der Besucher hier im Atrium, die ja hier durch den Haupteingang reinkommen, sich orientieren, die Anmeldung suchen. Andere werden hier stehen und warten, weil sie sich verabredet haben. Vielleicht eilt Personal von links nach rechts und zurück. Andere gehen vielleicht einfach mal nur um den Block. Und genau dasselbe machen die Hände, indem sie kleine Geschichten erzählen über die Bewegung der Leute hier an dem Ort. Gesundheitsminister Barske war sichtlich beeindruckt von diesem architektonischen Bauwerk. Insbesondere darüber, dass sich viele, also vom Denkmalschutz angefangen, über die Bauverwaltung, über den Landkreis, dass sich viele der Traditionen von Martin Gruppes verpflichtet fühlten, dass niemand über die Stränge geschlagen ist und versucht hat, hier seinen Hardliner-Kurs durchzuziehen. Nicht der Denkmalschutz und auch nicht die, die hier ein Krankenhaus bauen wollten, sondern dass es ein guter Kompromiss geworden ist hier am Standort und dass der tatsächlich auch für die Zukunft trägt, wenigstens wieder für die nächsten 140 Jahre. Jetzt muss das Haus nur noch mit Leben gefüllt werden. Patienten und Personal ziehen Ende des Monats in den Gropiusbau ein. Und zwar mit Já auch mit Letzter mit concret coal mit Vielen Dank.